Ihr wollt wissen, was das für eine Badewanne wird? Dann bleibt dran! Zahrauch, wie iset euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde des Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, wir wollen da drüben bauen. Und ich hab nochmal, weil ich ja die Nobelisten vergessen hatte. Hey, da war ja noch irgendwas, was ich hätte machen können. Also, pack ich's mit dazu. Habe ich meine Zahlen ein bisschen angepasst? Manufaktoren ist nicht so schlimm, da ist nur einer dazugekommen. Aber bei den Fabrikatoren, da sind es ein paar mehr. Aber auch nicht so wild. Also, wir sind jetzt bei 163. Damit kommen wir klar, glaube ich. Ich würde jetzt erstmal damit anfangen, hier noch eine... Also, ich geh wieder hin und mach zwei Etagen für die Verteilung. Das heißt, wir haben nicht dort, sondern dort. Ich habe keinen Beton dabei. Weil ich hab mir die ganzen Materialien dafür schon mal geholt. Okay, ich flieg nochmal eben da rüber und hol mir Beton. Moment. Okay. Das sah komisch aus. Da kommt der Zug. Der Zug bringt übrigens auch Beton mit rüber. Weil ich hab da hinten einmal alles reingeschmissen und gesagt, so ist okay. So. Einmal hier hin. Oh, da läuft ja auch schön, der Beton. Dann nehmen wir uns doch einfach den hier mit. Habe ich hier auch... Guck mal, Kabel kann ich auch ein bisschen mitnehmen. Ich mach mal zwei extra mit. Und jetzt wäre halt noch gut, wenn ich ein bisschen Draht finden würde. Finde ich hier aber nicht. Guck mal, da ist noch Draht. Oh, Stangen und Platten wären auch nicht so schlecht. Ja. Ja. Ein paar weniger, aber egal. Besser weniger als gar keine. So, was haben wir hier? Ach guck mal. So. Dann nehmen wir auch noch die Pläne mit und fertig. So. Nächster Versuch. Das können wir auch mal weglegen. Genau. Und dann setzen wir da vorne nochmal eine so eine Platte drüber. Und auf der würde ich dann heute erstmal 28 Fabrikatoren hinsetzen. Wir haben das hier, wie ich habe gesagt, möchte 1, 2 Etagen zum Verteilen haben. So. So. Jetzt machen wir wieder aufs Such. Denn dann heute kommt das Autosave ein bisschen sehr früh. Aber das ist ja halb so gut. Das machen wir nämlich, während wir abstürzen. Wunderbar. Ähm. Ja. Ich habe nämlich die Sachen eben eingekauft. Deswegen geht das heute ein bisschen sehr schnell. Aber ist ja halb so gut. Ach komm, mach ihn ja. Der fällt mir ein, ich könnte mal gucken, ob die Aufnahme überhaupt richtig läuft. Ah, tut sie. Wunderbar. Ähm. Die haben wir hier. So. Ein. Muss ich hier noch. Und dann gehen wir mit dir direkt in die Richtung. Ups. So hoch komme ich nicht. Äh. Können wir auch für unten machen, ne? Wie war das eigentlich? Konnte ich den hier wegsägen? Der ist zu groß zum Wegsägen. Verstehe. Naja, egal. Oh. Alter. Habe ich mich jetzt erschrocken. Bekämpfen die Fächer sich jetzt mittlerweile gegenseitig? Sag mal. What the heck? What the heck? Jetzt mal. Ernsthaft? Die haben Brass untereinander? Wie geil ist das denn? Ich bin happy. Ja, macht euch mal gegenseitig tot. Wobei, du bist jetzt erstmal so. Ich hab das hier zu laut. Alter, wo kommst du denn her? Noch wichtiger, wo bist du? Unten drunter. Ich drücke E zum Sammeln vom Blättern. Du bist tot. Wo ist der andere? Ah, ich bin voll. Deswegen sammle ich keine Blätter. Okay. Hätte ich eine Facecam angehabt, hättet ihr euch jetzt schön kaputt lachen können. Weil, mich hat's wirklich voll verjagt. Also. Einmal so richtig wunderbar gezuckt. Tätig, das ganze Streaming. Das ist ein wunderbarer Tötetklipp geworden. Genau, rödel du mal eine Runde. Wie gesagt, hier wollen wir gucken, ob wir danach noch ein bisschen das am Design ändern. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wohin ich muss. Gasmaske habe ich dabei. Dann passt das schon. Wo war denn hier die weiteste Stelle? Da. Dann können wir auch bis da hingehen. Das passt. Ich denke, ich gebraucht. Okay. Da sind wir auf jeden Fall über 20. Bis hier hin. 24. Okay. Vollkommener Quatsch, weil deutlich mehr als 24. Weil geht noch geht ja noch bis da hin. So. Da ist die Außenkante. Moment. Kante. Gerade gucken. Nee, nicht so rum. So. Egal. Dann ziehen wir das eben von hier aus und machen das dann. Okay. stellt sich gerade schwieriger da, als ich es gedacht habe. Aber macht ja nichts. So. So. Ich werde mir aber eben hier eine Wand hinsetzen, damit mich da unten nichts überrascht. Oder hier drauf dann überrascht. Das machen wir mal so. Na, wer weiß, wo hier noch so Viecher langkommen. Ähm. Da oben drauf darf ich auch eine. Und dort oben drauf darf auch eine. So. Dann kommt da schon mal nichts mehr an. Wie sieht das von der Seite aus? Ja, da könnte theoretisch was runterfallen. Das ist mir aber... Das ist mir erstmal egal. Jetzt ziehen wir da lang. Unten drunter machen wir dann nach. Ändern können wir die hier immer noch. Was ist das eigentlich, wenn ich... Ja, ja, ist ja gut. Wenn ich nachher mit den Wänden hier fertig bin, oben wie unten, sperre ich dann eigentlich das Gas aus? Na gut, oder unten sperre ich es mir ja sowieso ein, wie ich gerade sehe. Jetzt sollte ich mir vielleicht nochmal überlegen, ob ich das so mache. Die Richtung. Gut. Und dann einmal hier von unten. Dahin, dahin. Ja, okay. Ich stehe mir das richtig schön ein. Aber... Lass mal... Jetzt habe ich... Dann bin ich an... Da. Ich weiß nicht, warum es so dunkel ist. So. Also hier muss ich dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen umbauen. Aber das ist ja alles. Halb so weit. Äh, ziehen wir uns mal. Von der Kante da rüber. Und hier da rüber. so. So. Dann haben wir jetzt schön den da eingeschlossen. Ähm... Da gefiel mir nicht. Okay. Wie sieht das hier aus? Ist hier direkter Zugang oder... Oh, relativ. So. Da können mich die Viecher schon mal kreuzweisen. Jetzt machen wir das da noch. Und dann können sie mich auf der Seite auch kreuzweisen, falls man doch eins hier reinkommt. Dann verjagt es mich nicht mehr so. Woher kommt eigentlich? Ne, ja, sich verjagen oder einen verjagen oder verjagt werden, wie auch immer. Irgendwie habe ich im Kopf, dass das ein österreichischer Ausdruck ist. Aber ich kann mich auch nehmen. Das wiederum kann ich sehr gut. So. Dann schauen wir mal, wie wir hier diese Platte fertig kriegen. Ich sollte eigentlich vielleicht mir auch noch Gedanken drüber machen, wie ich hier den ganzen Spaß rüberkriege. Vielleicht macht das mehr Sinn, erst das ganze Zeug hier hinzubringen und dann mit dem Aufbau anzufangen. Nein. So. Jetzt ist die Frage, macht das mehr Sinn? Ich glaube, ich wüsste, ob das Sinn macht. Ja, jetzt gehen wir schon hin. Irgendwie gucke ich mir das gleich genauer an. Erstmal machen wir das hier fertig. hier ist jetzt bis dahin erstmal zu den. 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 Hier, rüber. und zurück haben wir den Teil zu. Dann ziehen wir von da dorthin. So, dann haben wir hier den ersten Bereich. Aber um meine Frage von vorhin zu beantworten, nein, ich sperre mir den Kram da oben nicht aus. Wobei, das kann ich gleich erst sehen, wenn ich die Plattform hier fertig habe. Dann kann ich sagen, jo, ich sperre mir das aus oder nein, ich sperre mir das nicht aus. Weil, dann kann ja von der einen Seite nichts kommen, theoretisch, von der anderen Seite nichts. Also, wenn von unten nichts hochkommen kann und von der Seite nichts, dann dürfte ja eigentlich kein Giftgas oben ankommen. Richtig? Außer, ich habe natürlich eine Situation, wobei, das kommt da schon durch die Wand. Das ist ein bisschen blöd, das gefällt mir nicht so gut, weil, warum kann ich es nicht aussperren? Warum kann ich nicht da in der Ecke bauen und sagen, okay, ich baue da drumherum. Von mir aus, ich baue ein Käfig drumherum und dann ist das ausgesperrt. Ich meine, ich bin nicht sogar hoch. Da kann ich noch nachvollziehen, da habe ich ja ein bisschen das Ding, aber hier müsste ja eigentlich, die Ecke dürfte komplett frei sein, ist sie aber nicht, da zieht das Zeug von oben runter. Von oben runter? Nach oben hin? Ja. Aber gut, so ist hier halt die Spielmechanik. Ich hätte gesagt, ich mache 24. Müsste ich jetzt nicht mit 10 auskommen, oder? Nein, nehme ich nicht. Jetzt nehmen wir nochmal 2. Da dürfte ich jetzt mit 10 auskommen, oder? Nein, ich mache nicht mal einen. Hier dürfte ich jetzt mit 10 auskommen, oder? Langsam wird es albern. Sag mal. Ich mache die Lücke immer kleiner, das ist auch was. Guck mal, da hat es geklappt. Dann machen wir mal eben hier, das sah von da vorne deutlich kürzer aus. Egal. So. Da war wir. Das ist gerade komische Geräusche gemacht. So. Wir kriegen jetzt hier langsam zu. Wie machen wir das jetzt? Gehen wir erst hin und machen und machen die Brücke hier rüber, oder stellen wir schon mal Geräte hier auf, die wir dann aber nicht wirklich benutzen können, das ist ja auch doof. Das war vollkommen Quatsch, aber egal. oder ziehen wir also entweder den Weg hier rüber für das Material oder wir machen erst Apparelos hier drauf. Die dann aber noch nichts haben. Kann man einmal überlegen, wie wir sie aufstellen. Weg damit. So. Eigentlich müssen wir ja, hier ist ja, macht es Sinn, von hier aus zu gehen? Das könnte doch ungefähr passen, oder? Ja, noch die Frage, wie passt es von hier aus unten mit dem, mit dem Wasser? Sollte eigentlich gehen, da komme ich drüber. Das heißt, ich würde quasi hier hingehen. wie viele komme ich mit zwölf Eingängen aus? Ist das schon nicht mehr. Würde das Sinn machen? Wie viele habe ich denn? Dann müsste ich da drüben hingehen und gucken. Das dürften aber eigentlich mehr sein. Theoretisch. Okay, wir ziehen die hier nochmal weg. Ich meine sowieso nicht, dass das Sinn macht, die hier hinzusetzen. Jetzt würde ich einfach in die Richtung gehen. Wir machen erst den Eingang. So. Wir gehen damit auch wirklich schön gerade rüber. und über dem Wasser irgendwo haben wir keinen Beton mehr. Ja, das ist kein Problem. Wir fliegen eben zum Bahnhof rüber, holen uns neuen Beton. Hier kommt ja allen möglichen Kram gerade an. Den obersten hatten wir betontechnisch leer geräumt. Da haben wir Beton. Das war eine ganze Menge. Dann können wir uns Gedanken machen, dass wir das Zeug auch so bewegen. Jetzt ist die Frage, kommen wir von hier aus da vorne dran? dann? das schaffen wir ja schon mal. Das schaffen wir nicht. So geht's. Okay. So, bis vorhin wollen wir natürlich genau auf den Ballon da. und das war einer von denen, die wir nicht wegkriegen. Hier gehen wir genau drüber. Machen wir dann irgendwie runter. Wenn wir den von da aus ein Stück, wie weit müssen wir den rüber? Na, gucken. Okay, so, gehen wir da hin und dann ziehen wir den mit. Kann man ja zur Not wieder wegmachen. So, jetzt bin ich doch kurz davor. Den kriege ich nicht weg, weil der ist blöd. Wenn ich jetzt, ich sag mal, ich noch zwei vorwärts gehe. Zwei. Zwei. Und dann in diese Richtung. Da würde ich jetzt hingehen und sagen, ich setze zwei Wände hin. Ich müsste hier auch die Apparellos sein und wieder Strom kriegen. Sehr gut. Also, hier zwei Wände hin. Wie tief gehe ich damit? Bis knapp über die Genau, bis dahin. Und da unten setzen wir jetzt den dran. Die da oben, die beiden können weg. Und wir gehen mal hier runter. Ich hätte noch einen tiefer gehen sollen. Da hätte das, glaube ich, genau mit da vorne gepasst. Aber, was wir jetzt machen, Moment, die hier sind eben zur Orientierung, bis wohin wir müssen. dann ziehen wir das nämlich hier rüber, von da unten. Das war ja, hätte ich tiefer genommen muss. Da ist der Bereich, wo ich hin möchte. So, bis hier ungefähr. Was ist das? Das kann ich wahrscheinlich auch doch, grittechnisch müsste das ziemlich genau auskommen, oder? Ja. Und einen muss ich noch weiter und darüber gehen. So. Okay, können wir hier mal runterfallen. Ohne Probleme. So, Nein, nicht oben drauf. Schön da unten. dran. Das hätten wir. Das ist unser Zeug und es kommt runter. Holy crap. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Siehste, habe ich doch gesagt, passt nicht. Und es müssen ja noch zwei dazu für Black Powder und das andere. Die können aber zwischendrin reingemixt werden. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, bleibe ich immer noch über den. Oh, das ist ja wunderbar. Und das Beste daran ist, wenn ich sage, ich möchte das hier in der Höhe von zwei haben, und mich daran halten. Dann passt sogar die und ich habe den nicht umsonst gebaut. Schön. Die muss ich alle nochmal weiter runterziehen und neu machen, aber das ist, glaube ich, halb so wild. Bis dahin. und sag mal, sag mal, bist du hier? So, aber wenn ich den jetzt nehme und hier hinziehe, dann passt das. Fast. Jetzt habe ich einen Versatz von einem Halben da drin. Damit kriegst du wieder alles, ne? Äh, Moment. Einen Versatz von einem Halben? Wieso habe ich einen Versatz von einem Halben? Okay, ich muss den doch scheinbar neu machen. Weil ich da hinten... Ähm... Nein, du bleibst. Das heißt, ich muss da hinten ein Stückchen tiefer kommen. Kein Problem. Kriegen wir alles hin? Wir ziehen uns jetzt einmal hier rüber. Bis davor. Ziehen uns von da da rüber. Hier hin, bitte. Genau. So, das ist wahrscheinlich das Problem wegen unterschiedlichen Höhen und so. Aber, das ist kein Problem, was uns vor unlösbare Aufgaben stellt. Was ist das Beste da dran? Weil, das hier können wir ganz, ganz einfach lösen, indem wir hier hingehen. Eieiei. Und sagen, einen noch, einen noch. den hier oben wegnehmen. Und dort packen wir uns jetzt, äh, haben wir so, Wände, bop, zack, zack, da haben wir unseren Versatz gelöst. Fertig. Aber, euch brauchen wir hier gar nicht. denn, hier hinten, hier kommen jetzt Wände dran. Für das Stück. Und dann haben wir hier eins, zwei. Wir nehmen uns einer Wand. wir nehmen uns hier die Zunge. Nehmen uns wieder die Einer Wand. Und gehen da um. Zack. Erstmal bis da hoch, da können wir immer noch oben drauf setzen. so. Dann haben wir nämlich schön hier unseren Weg. Wir müssen auch noch mal nicht direkt zwei höher. Eins, zwei. Eins, zwei. Dann kann der Spaß hier drauf. Und da fehlt auch noch der halbe. Genau. Zack. 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 Da passt zwei. Nein. So. Und auf der Seite machen wir dich und dich nicht hoch. Es fehlt nicht viel. Es fehlt nicht viel. Komm, 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 komm. Echt jetzt? Shit. Okay, das müssen wir dann später machen. Das heißt, wir hätten jetzt die Möglichkeit, die Sachen da umzulegen, wenn ich denn was dafür dabei hätte. Habe ich aber nicht. Das ist gerade doof. Dann bauen wir das Löchlein hier noch weiter. schon mal soweit fertig. So, dahin und so. Dann haben wir nämlich hier die Möglichkeit geschaffen, alles durchzuziehen. Weil das reicht. Ich würde dann gucken, wir haben drei nebeneinander geht ja immer. Das heißt, genau auf der Mitte läuft aber auch noch einer. Da ziehen wir genau so durch. So sollte es hier auch eigentlich werden. Dann habe ich immer schön sieben Stück nebeneinander. in zwei Etagen. Das ist mein Plan. Da hinten müssen dann noch zwei dazu. Dann ist die Frage, wo fütter ich die zu? Fütter ich die kurz vor der Fabrik zu und ziehe die noch über offenes Gelände, was ich eigentlich nicht so schön fände? So, hier vorne wieder hin. Irgendwie muss ich jetzt gucken. Wenn ich hier hochkomme. Es fehlt so ein kleines Stückchen. Das ist nicht normal. Da geht's nicht weiter. Hier ist Ende. Aber Organisation haben wir. Nein, die ist unter Architektur gelandet. Da ist die Leiter. Die setzen wir uns jetzt da dran und dann können wir die Leiter hochklettern. So, wenn ich eigentlich würde das ja Sinn machen. Ich habe das ja schon am Bahnhof. wenn ich das Zeug von da aus irgendwie hier unten drunter noch dazu fütter. Wie kriege ich das jetzt mit meiner 7-7 Geschichte vereinbart? Wenn ich das ein bisschen breiter mache, dann hätte ich das kann ich auch machen. Wenn ich die einfach ein bisschen weiter an die Seite lege, ich sage mal hier oben drauf, können wir uns mal angucken. Erstmal mache ich hier die Wände, damit ihr wisst, was ich meine. Das wäre quasi ideal. Hier nochmal zusätzlich da unten drunter durch und hier extra rein, aber dann nur so und einer das würde ja reichen. Wenn ich dann hier hingehe und zweite oben drauf Das ist doch nicht schon ganz gut aus. das heißt, hier kämen die Dinger hoch. Sollte auch reichen, um da ein bisschen was hinzukriegen. Also ich habe gesagt, einer kommt hier mittig. Dann haben wir da einen, da einen, da einen. bis dahin ist das auch alles kein Problem. Wir können hier jetzt schön oben drauf setzen. Das ist unser Zugang hier. Jetzt käme das hier rum und ich würde anstatt das genauso aufzubauen warum mache ich das eigentlich hier? gehe jetzt einfach mal ein paar Meter hier rein sag mal ab hier quasi so anfangen natürlich genau ins Autosave damit die dann müsste ich mir halt einmal noch von außen angucken aber das ist auch kein Problem was von außen so haben dass es nicht überhängt wohl vielleicht sieht das auch ganz nett aus schauen wir mal da guck mal ich krieg vier hier rein so und hier ja mal gucken okay die also da unten das kriegen wir dicht wenn ich da hingehe und mit den verkleide dann sieht man da unten die Dinger nicht spukt hier schon wieder rum das heißt das wäre alles was man davon sieht und je nach Render Distanz wird das sogar weggemacht okay ja komm das lassen wir so also das heißt irgendwo hier wird dann zugefüttert und wir haben dann halt die 8 mal 8 anstatt 4 mal anstatt 8 mal 8 genau die 8 anstatt die 7 16 anstatt 14 aber das ist doch so glaube ich ganz okay oder ja ich muss hier gucken wie ich das genau mit dem rumlegen mache und 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 das wird ein bisschen friemelig das mache ich aber auch ohne euch das müsst ihr euch nicht antun weil ich glaube das wird ganz übel aber dann haben wir doch hier eine Möglichkeit das wirklich in ordentlich darüber zu bringen jetzt ziehe ich den Spaß hier mal zu werde auch den Deckel erst draufsetzen wenn ich mit dem Bänder ziehen fertig bin also zumindest hier oben da unten habe ich es ja nicht gemacht weil faste gerade brauche ich zum abmessen und so ja so ist ja alles super okay jetzt kommt mir doch bestimmt bis zu dem bis zur Fabrik den Ast müssen wir da weg machen dann entsprechend wenn wir da sind ich habe jetzt keine Ahnung ob ich schon drin bin oder noch davor ich möchte anmerken ich habe keine Ahnung wo dieses Most Value Artifakt ist es scheint hier irgendwo unter mir zu sein aber ich bin froh dass ich es gefunden habe weil ich habe keine Ahnung wo es ist so den darüber und dann machen wir eben einfach damit es wenigstens von der Seite vernünftig aussieht den Betonklotz zu hier das muss auch weg da muss ich sowieso dann von außen arbeiten dann haben wir sowieso schon bis dahin zu dann haben wir heute was vollkommen anderes geschafft als ich mir gedacht habe aber das kennen wir ja schon von mir wenn ich hier jetzt hingehe dann komme ich hier auch an die Schiene ran super das heißt hier kommen unsere Sachen rein das ist doch super das gefällt mir so von dir hätte ich gerne eben einen irgendwie hier oben hoch der ist einfach nur für überall brauche ich so wie groß ist so ein Produktion Fabrikator da müssen wir uns jetzt Gedanken drüber machen ich würde den gerne hier hinsetzen und da anfangen oder würde ich hier anfangen ne ich lass mir ein bisschen mehr Platz kriege ich 28 Stück davon hin wenn ich den jetzt noch so ein überhängnis so oder mach ich den ne ich mach den so da vorne lass ich frei weil da überlege ich halt noch irgendwie mit mit Schrägen zu arbeiten um an dem Ding hier vorbeizukommen äh 2 3 4 5 6 hab ich gesagt 28 ne 28 wird sich hier durch 7 gut teilen das 1 2 3 4 5 6 7 davon 4 rein der Spaß der in der Mitte ist wir haben gelernt wir müssen 4 auseinander gehen ne 1 2 3 4 da sollte jetzt ein ähm ein Merger rein passen der unter Logistik zu finden ist immer noch der passt auch perfekt da rein ja easy ja easy ja easy dann machen wir das auch so zack 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 Und kann dann unten drunter die Verdrahtung machen. Das sollte passen. 1, 2, 3, 4. Weil wenn ich jetzt hier Splitter dazwischen setze, das geht. Und ich müsste aber auch die Möglichkeit haben, sowohl da als auch da einen hinzusetzen. Dann kommt das nämlich auch wieder von unten eingefüttert. Und muss ich dann halt nur gucken, wie ich die einzelnen Räumsel da entsprechend gut verteile. Aber das kriegen wir hin, weil ich habe definitiv genug Platz. Ja, Fall runter. Da noch einen und dahinter muss auch noch einer. Dann haben wir es. So, das heißt, ich habe jetzt, wie viel rein habe ich jetzt? Drei, ne? 1, 2, 3. Dann machen wir den gleichen Spaß hier nochmal. Drehen ihn um. Und sagen, 1, 2, 3, 4. Dann gehen wir da drüben hin. Und hier hätten wir die 28 Stück für Rifle-Armour. Da packen wir die Körpersheets und Smokeless Paula rein. Und... Oh, warte mal. Wir haben 2100, habe ich gesagt. Das bedeutet, ich habe letztendlich drei Bänder, die ich füllen muss. Dann machen wir das. 28 durch 3 ist wieder sogar richtig doof, ne? Eigentlich möchte ich dann auf 700 gehen. Wir rechnen nochmal eine Runde. Also 2100 Ammo machen wir. Wir haben 780er Bänder. Ja, das sind 2,6. Nehmen wir mal eben minus 780 mal 2. Bleibt 540. Also ich brauche auf jeden Fall noch ein 780er Band. Okay. Dann sagen wir mal. 28 durch 3 sind 9,3 Maschinen. 9,3 Maschinen ist doof. Dann gehen wir andersherum. Wir haben 2100. Wir ziehen davon die 2 mal 780 ab. Also haben wir 1560. Genau, bleiben die 540 über. So, dann müssen wir gucken, was macht eine Maschine? Wir haben gesagt, wir möchten hier gerne herstellen. Gewehrmunition. 75 macht einer pro Minute. 75. Das heißt, 540 durch 75 sind 7,2. Das scheint auch schon wieder zu tun. 560 durch 2 sind es. Ja. Durch 75 sind 20,8. Macht auch Sinn. 780 durch 75 sind 10,4. Wenn ich auf 750 gehe, wären das genau 10 Maschinen. Okay, das planen wir jetzt eben durch. Wir haben gesagt, wir machen hier 10 Maschinen. 2, 4, 6, 8, 10. Weil das habe ich bis zum nächsten Mal vergessen. Nee, Fusionatoren hätten wir gerne. Also, die lassen wir auch schön hier in diese Richtung laufen. 2, 2, 4, 6, 8, 10. Hier 2 geht in die andere Richtung, bitte. Ja, ja, so. Und hier hin. So. Das gleiche machen wir hier auf der Seite. Wir machen... Nein, hier auf der Seite. Weil... Da haben wir ja auch hier... 2 hier hin. Müssen wir gleich nochmal nachrechnen. Aber das sollte theoretisch, wenn meine Mathe stimmt... Sollte das passen? 750 plus 750 sind 1500. Bleiben noch 600 über. Also, wir haben gesagt, 750 plus 750 sind 1500. Plus 600 wären 2100. Da sind wir schon mal richtig. 600 durch 75 sind 8. Ich habe 4 auf dieser Seite und 4 auf der anderen. Dann passt das doch. Wäre jetzt nur die Frage, ob ich dann hingehe, um das auf ein Band in der Mitte zu... Blablabla. Haue ich die unten zusammen oder haue ich die hier oben zusammen? Ich kann natürlich hingehen und sagen, ich nehme mir den Fusionator, stelle ihn hier hin. Ziemlich genau. Ich würde sagen, hier hin. Und dann geht das Band dort rein, das Band dort rein und wir haben die beiden zusammen und haben damit unsere drei Bänder. Hier dieses mittige mit... ähm... Ne? Und das andere mit... Genau. Das ist doch gut, oder? Dann haben wir das doch eigentlich ziemlich gut fertig. Ich glaube, das lasse ich so. Jo, also hier kommt unsere... Das machen wir jetzt noch eben. Einstellung kopieren. Und ich gehe einmal hier rum und sage... Äh... Frau... Frau... Da hin, da hin... So, die packen wir jetzt überall rein. Dann haben wir das hier nämlich schon mal fertig. Und da rüber... Jetzt hätten wir hier eine... Den rein, den rein... Den rein, den rein... Den rein... Ne? Dann kommt man nachher... Wenn ich dann Strom anschließe und alles... dass das passt. Weil mit dem Zeug müssen wir dann auch gucken, wie wir das hochbringen und so. Aber da können wir uns ja immer noch was einfallen lassen. Das wird noch schön. Ja. Können wir definitiv noch schön dran rumbasteln. Dann hätten wir das nämlich alles soweit fertig. Dass die gemacht werden können. Und... Oh, ich muss doch nicht mal irgendwie... Wieder einen abreißen. Das war doch auch schon mal gut. Das hat mir gefallen. Die sind also alle mit Rezepten versorgt, haben aber noch keinen Strom. Macht Sinn. Gefällt mir. Da müssen wir als nächstes... Überlegen. Also... Die... Nukes, die werden sowieso, wenn, ganz oben. Und als aller allerletztes gemacht. Weil dafür muss ich ja noch Vorprodukte und hier hinbringen. Die... Puls-Nobelisken, die sind auch nochmal blöd. Die brauchen den... Crystal Oscillator. Da muss ich auch noch gucken, wie ich den mache. Prinzipiell Quarz hätte ich genug dafür da. Aber die anderen Teile... Also auch Kabel wäre kein Problem. Was ich nur hier nicht habe, dafür musste ich nochmal eine Eisenquelle finden, hier in der Ecke, um... Verstärkte Eisenplatten zu machen. Nur dafür. Muss ich gucken, wie ich das hinkriege. Habe ich so noch keinen großen Plan für. Jetzt müssen wir gucken. Also ich werde... bis Freitag den Spass hier... Weitermachen. Dass wir... Das Zeug auch schon hier drin haben. Und überlege mir schon mal, wie ich hier... Die Verteilung mache. Wahrscheinlich wird das darauf hinauslaufen, dass ich genau... Ja, quasi genau hier mittig... Die Verteilung laufen lasse. Damit einmal nach links, einmal nach rechts. Und dann... Also quasi... Hier das Ganze hochkommen kann. Und da das Ganze hochkommen kann. Und hier ebenso, genau da drunter. Damit das da hoch und da hoch kann. Und... Dann komme ich mir theoretisch... Auch nicht mit irgendwas in die Quere. Hoffe ich. Ja. Ich sage mal, das war es für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut. Käffchen. Tschüss. Tschüss.